Hallo Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat März 2019. Wie ihr am Thumbnail erkennen konntet, habe ich diesen Monat bzw. eben letzten Monat vier Bücher beenden können. Das sind drei Bücher weniger, als ich eigentlich schaffen wollte, laut meiner Leseliste, aber mir war schon klar, dass ich einige der Bücher nicht beenden kann bzw. ja, dann im nächsten Monat weiterlesen werde oder wann sogar noch mehr. Ihr könnt es ja selber nochmal nachschauen in der Leseliste. Ja, ich habe hier jetzt auf meinem Schoß die vier schönen Bücher liegen und fange einfach direkt mal an mit dem ersten, das ich chronologisch beenden konnte. Das war nämlich Was geschah mit Femke Star von Kerstin Rukik. Einem Buch, dem ich ja vier bis fünf Sterne gegeben habe. Also es war ein wirklich, wirklich sehr gutes Buch. Ich glaube, ich würde ihm jetzt so im Nachhinein aber tatsächlich vier Sterne verpassen, einfach weil die Euphorie etwas abgeklungen ist. Aber es hat mich wirklich sehr sprachlos zurückgelassen und ist ein, ja, sehr bewegender und extremer Thriller. Er ist im Jugendbuchbereich angesiedelt, aber auf jeden Fall geeignet für Erwachsene. Ich würde ihn jetzt auch keiner Jugendlichen ab zwölf empfehlen, sondern vielleicht wirklich ab sechzehn. Hier geht es auf jeden Fall um Anouk und Femke, die früher die aller, allerbesten Freundinnen waren und die auch immer behauptet haben, dass sie nichts voneinander trennen kann, bis plötzlich etwas Schlimmes passiert, das die beiden auseinanderreißt. Und Anouk entwickelt sich so ein bisschen in die Punk-Gothic-Richtung. Also sie zieht sich komplett schwarz an, ist sehr rebellisch und lässt ihre negative Meinung auch stark aus. Und dadurch, dass Femke als Schlampe abgestempelt wird und das sehr in der Schule rumgeht, dass sie halt anscheinend gerüchtemäßig viel mit Jungs zu tun hat, auf die andere Art und Weise. Und ja, da macht natürlich dann Anouk dadurch, dass Femke sie durch was auch immer, das erfährt man erst sehr viel später im Buch, stark verletzt hat, macht sie damit und verbreitet selbst auch starke Gerüchte über Femke. Und ja, was es eben genau ist, was hier passiert ist, das erfährt man im Laufe der Geschichte immer so ein bisschen häppchenweise, auf eine ganz besondere Art und Weise, die ich euch aber natürlich nicht erzählen kann. Es war ein sehr starker Psycho-Thriller. Also es ging mir persönlich beim Lesen auch ein bisschen auf die Psyche, ohne dass ich davon jetzt depressiv oder irgendwas wurde. Aber es hat einen dann doch schon mitgenommen. Und hier drin ist auf jeden Fall auch eine Triggerwarnung. Das finde ich sehr, sehr gut, denn ja, Menschen mit einer bestimmten Störung könnte das sehr nahe gehen. Lasst mich mal kurz schauen, wie genau das bezeichnet wird. Genau, es ist hier hinten drauf in rot. Dieses Buch enthält mögliche Auslöserreize, die bei Personen mit posttraumatischer Belastungsstörung zu einer Verschlechterung ihrer Symptome führen können. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, jetzt nach Beenden des Buches, dass es dazu führen könnte, wenn man belastet ist mit solchen Sachen. Also, falls es jemand von euch da draußen gibt, das sich für das Buch interessiert, aber da nicht so ganz sicher ist, vielleicht solltet ihr lieber die Finger davon lassen. Aber ansonsten, wer auf solche Sachen steht und da jetzt nicht irgendwie Leidtragende ist oder Leidtragender, der kann sich das auf jeden Fall durchlesen. Und meiner Meinung nach sollte er es auch, denn obwohl es so krass extrem und verstörend war, fand ich es ein sehr gutes Buch. Es hat ein bestimmtes Thema dann nach der Geschichte eben angesprochen und das Nachwort ging dann eben auch in diese Richtung, dass es sehr wichtig war, dass es in vielleicht auch dieser verstörenden Art und Weise angesprochen wird. Leider ist es wirklich extrem schwer für mich, das alles zu sagen, ohne euch da nicht zu spoilern, aber wem das Buch interessiert und vorher schon angesprochen hat, aber es bisher noch nicht gelesen habt. Ja, vielleicht könnte das euch jetzt doch ein bisschen bei der Entscheidung helfen. Wer weiß. Als nächstes habe ich dann ebenfalls ein Highlight gelesen. Es ist The Bells von Dionnella Clayton. Schönheit regiert der erste Teil, dem ich auch volle Sternenzahl verliehen habe. Dazu habe ich aber eine Rezension abgedreht. Wenn ihr die schauen möchtet, dann schaut im i vorbei in der Infobox, da ist es verlinkt, beziehungsweise einen meiner letzten Videos. Da könnt ihr einfach reinschauen und euch ein genaueres Bild über Meinung, Meinung machen. Aber wie ihr wahrscheinlich schon vermutet, ja, es wurde gehypt. Ich bin auf den Hype aufgesprungen. Ich fand es genauso toll und grandios wie alle anderen Berichten. Es ist für mich so eine Geschichte, die Richtung Selection und das Juwel in gewisser Weise auch geht und dann eben mit, ja, einer sehr, sehr tollen magischen Fähigkeit dazu. In dieser Welt, in der das Buch spielt, gibt es nur hässliche Menschen. Zumindest sehen sie sich so. Natürlicherweise sind sie komplett grau mit roten Augen. Und dann gibt es eben diese The Bells, die magische Fähigkeiten besitzen und dadurch Menschen im Aussehen, in ihren Fähigkeiten und Charakter, glaube ich, war es auch, verändern können. Und es gibt immer nur eine gewisse Handvoll pro Jahr von diesen Bells, die dann eben auch dazu auserkoren werden und berufen werden. Und eine von ihnen ist dann auch die Favoritin, die eben den königlichen Hof betreuen und, ja, hübschen oder aufhübschen darf. Ja, wie gesagt, ich fand es wirklich super und dazu gibt es eine Rezension, die ihr euch gerne genauer anschauen könnt. Das dritte Buch ist ebenfalls ein sehr gutes Buch für mich gewesen. Ich habe ihm auch vier Sterne gegeben, also bisher vier, fünf und vier. Eine sehr, sehr gute Auswahl an Büchern. Ich habe mein allererstes Buch von Lucinda Rowdy gelesen, Das Mädchen auf den Klippen. Ja, dieses Buch habe ich um den 17. März rum gelesen. Wir haben montags begonnen. Also ich habe es zusammen mit der lieben Bücherpanther gelesen. Ihren Kanal findet ihr ebenfalls in der Infobox verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Und, ja, warum 17. März? Da ist natürlich St. Patrick's Day ich als großer Irland-Fan, der ja selber auch sieben Monate dort war und ein Praktikum gemacht hat. Für den ist es einfach der Tag an sich. Wir haben, also mein Freund und ich waren zu Hause und haben uns eine Dokumentation über Irland angeguckt, weil leider das Wetter nicht so gut war. Aber kommen wir zum Buch. Hier geht es um ein Mädchen, das ihre Vergangenheit Revue passieren lässt. Also ihre komplette Geschichte der Familie. Ihre Mutter hat sich selbst umgebracht und deren Mutter war eine sehr berühmte Ballerina, die von Russland nach Großbritannien gekommen ist und dort in einem sehr reichen Herrenhaus aufgewachsen ist. Ihre Herkunft war aber komplett unbekannt. Also man wusste Russland, aber mehr auch nicht. Dann gibt es noch eine Familie von Haushelferinnen, würde ich jetzt mal behaupten. Also die Haushelferin dieser Großmutter, der berühmten Ballerina, ist von Irland ursprünglich gewesen und kam nach Großbritannien, um in diesem Herrenhaus aufzupassen oder auf das Kind aufzupassen, so rum. Der Hintergrund ist nämlich folgender, dass der Besitzer oder der Bewohner dieses Herrenhauses in Großbritannien einen Bruder hat, der ebenfalls in einem großen Herrenhaus in Irland im Korker-Bereich, also in der Nähe von Kork, lebt in diesem Haus. Und diese Helferin soll dann eben von dem irischen Herrenhaus zum britischen und so ist die Geschichte da sehr verstrickt. Es hat dann auch noch einen kleinen Strang in Amerika, das ist so die momentane Geschichte, in der dann die Urenkelin, glaube ich, dieser ursprünglichen Haushelferin auch nochmal ihre Geschichte erzählt. Und so verstrickt sich das alles miteinander. Es ist eine sehr bewegende Geschichte. Ich mag solche Geschichten auch sehr gerne, wo man die Vergangenheit erfährt und es auch viele Geheimnisse in den Familien gibt, die zu ergründen es gilt. Und wie das alles dann so miteinander verstrickt war, ich fand es einfach grandios. Es war jetzt für mich ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Sehr schöner Erzählst, die wirklich tolle Geschichte. Die Charaktere sind mir auch sehr ans Herz gewachsen. Deswegen von mir vier Sterne hier für dieses Buch. Es gab so einen Punkt am Ende, der mir nicht so gut gefallen hat. Deswegen musste ich einen Stern abziehen. Ganz zum Schluss habe ich dann noch ein Buch beendet, zu dem ich auch gerade erst eine Rezension hochgeladen habe. Und dieses Buch liegt mir sehr, 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 sehr am Herzen. Es ist nämlich dieses Buch hier, Ein Tor zu eurer Welt von Aaron Wahl. Das ist ein Autistenbuch, um es jetzt so plakativ zu betiteln. Also es ist eine Geschichte über das Leben eines Autisten von klein auf, bis er dann seine eigentliche Diagnose bekommen hat, dass er Asperger-Autismus eben hat. Und hätte diese Diagnose vielleicht früher stattgefunden, dann hätte er sich einige Termine wahrscheinlich bei Therapeuten, Psychiatern, vielleicht auch Aufenthalten in Krankenhäusern ersparen können. Und es hat mich sehr, sehr, sehr bewegt, sehr mitgenommen teilweise. Es war ein Buch, das mir aber auch sehr viel über nicht-autistische Menschen zusätzlich noch vermitteln konnte. Und all das erzähle ich eben auch in meiner Rezension, die hoffentlich ihr euch schon angeschaut habt. Wenn nicht, dann bitte, bitte tut es unbedingt. Es ist wirklich ein Buch, das mir sehr am Herzen liegt und das ich euch auch allen empfehlen kann. Es war einfach richtig toll und schön und hat mir so viel Spaß gemacht zu lesen. Ich habe gelacht, ich habe mit ihm mitgefühlt, ich habe teilweise fast geheult, aber ich habe es nicht. Ja, aber es hat sehr viele Emotionen in mir ausgelöst. Und da Aaron ja Autist ist, ist das mit den Gefühlen wahrscheinlich ein bisschen schwierig bei ihm. Aber genau das konnte er bei mir als Leser auslösen. Deswegen bitte, wenn es euch irgendwie möglich ist, versucht es zu lesen oder euch wenigstens für das Thema Autismus etwas mehr zu interessieren. Denn ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, und dieses Buch, genauso wie The Bells, wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Also das sind Rezensionsexemplare, wie ich ja aber auch, denke ich, schon erwähnt habe daran, dass es dazu einzelne Videos gibt. Ja, das war mein kleiner, aber feiner Lesemonat März. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Was habt ihr denn so beendet? Und war davon auch ein Highlight dabei? Ich könnte jetzt leider gar kein Einzelnes an sich hervorheben, aber The Bells und Ein Tour zu eurer Welt waren schon wirklich sehr, sehr gut. Aber welches davon jetzt das bessere Buch ist, das kann man nicht beurteilen und auch nicht vergleichen. Aber ja, now you have it. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch den auch noch weiterhin. Einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss! Vielen Dank.